Du bist auf dem Jakobsweg unterwegs, in der Wildnis, begegnest einem wilden Tier. Was kannst du in dieser Situation tun? Wie solltest du dich verhalten? Heute unterhalte ich mich mit einer Expertin zu diesem Thema, einer promovierten Biologin und Reiseschriftstellerin und werde mir von ihr Tipps zu diesem Thema holen. Viel Spaß mit diesem Video! Ja, ich bin die Carmen und bin schon oft gepilgert auf verschiedenen Wegen, natürlich auf dem Camino in Spanien. Ja, wilde Tiere gibt es auf dem Jakobsweg kaum. Da musst du schon viel Glück haben, dass du in Pyrenäen mal oder im kantabrischen Gebirge, wenn du den nördlichen Weg gehst, da vielleicht einen Bären aus der Ferne sehen kannst oder auch einem Wolf begegnet man sehr, sehr selten, oder auch einen ganzen Rudel, da gehört schon viel Glück dazu, denn die sind sehr vorsichtig und scheu, die Tiere. Also auf dem Jakobsweg, denke ich, ist der Mensch das gefährlichste Tier, denn gerade als Frau muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein, aber keine Angst. Der Weg, den inzwischen so viele Menschen, dass es gerade von der Wahrscheinlichkeit ist bisher ganz, ganz wenig passiert, wenn man die vielen Menschen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung da in Bezug setzt. Und wenn man doch mal einen wilden Tier, es kann ja auch mal ein verwilderter Hund sein, da gibt es eigentlich zwei Fehler, die man machen kann. Angst haben, denn dann gerät man in Panik und flüchtet, und das tut natürlich immer den Beutegreifer dazu anregen, uns hinterherzusetzen und uns auch vielleicht dann Schaden zuzufügen. Der andere Fehler ist, keine Angst haben. Denn dann hat man nicht genug Respekt vor dem Tier, weiß nicht, welche Gefahr von ihm auch drohen kann, wenn man zu nahe kommt. Also das Beste ist eben Respekt und Abstand halten. Fast alle Gefahren oder auch wenn man von Begegnungen mit wilden Tieren hört, wo der Mensch zu Schaden gekommen ist, wenn man da nachforscht, dann war es fast immer, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ich sagte schon, zu nah rankommen beim Bär, wenn der eine Beute gemacht hat, dann auch vielleicht Fotos machen zu wollen, wie er frisst. Oder eben, wenn die wilden Tiere Junge haben, dann verteidigen sie diejenigen. Also ich könnte dir noch viel erzählen, aber ich will dir keine Angst machen. Auf dem Jakobsweg bist du eigentlich sehr, sehr sicher. Besser eigentlich, als wenn du in deiner Stadt oder in deinem Ort abends durch einen Park gehst. Viel Spaß auf dem Jakobsweg, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ultrea Weitere Informationen zum Umgang mit wilden Tieren oder aggressiven Tieren findest du im Internet. Ich habe dir in der Beschreibung zu diesem Video einige Links zusammengestellt, die dir weiterhelfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und einen Kommentar. Wenn du den Kanal abonnieren möchtest, klickst du einfach auf die Muschel rechts. Und um alle Benachrichtigungen zu bekommen, klick auf die Glocke und aktiviere alles. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Jimmy.